Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Es ist 10.04 Uhr, am Freitag, den 26.03.2021. Energie lädt, also die ganze Nacht über hat sie geladen. Ich habe relativ gut geschlafen und bin aber heute um, glaube ich, 6.30 Uhr geweckt worden. Also habe ich mir die Ohrstöpsel reingemacht und das war auch ganz gut, denn hier wird gehämmert und gebohrt und Sachen fallen runter und dann tropfte es aufs Fensterbrett. Ich dachte mir so, hä, es regnet doch gar nicht, was ist das denn? Und irgendwie, keine Ahnung, lief Wasser von oben runter. Keine Ahnung, wie das zustande kommt, vielleicht Fenster geputzt oder so, das kann sein. Auf jeden Fall war es ganz gut, die Stöpsel reinzumachen, denn so habe ich nochmal 2 Stunden geschlafen von, ich würde sagen, so 7 bis 9. Jetzt haben wir es kurz nach 10. Ich werde gleich nochmal raus zum Edeka, ein bisschen Sachen einkaufen gehen und dann haben wir noch ein paar Stunden, bis um 15 Uhr dann die Strimerei losgeht. 15 bis 18 Uhr werde ich heute Breathage spielen, dieses Weltallspiel. Vielleicht erinnert ihr euch, vor zwei Wochen oder so habe ich das schon mal gespielt. Es ist so ein Survival-Game, wo man in so einer Rettungskapsel hockt und versucht, immer weiter wegzukommen davon, um zu erkunden, was denn da passiert ist. Es ist ähnlich wie Subnautica, bloß, dass man halt im Weltall rumfliegt und nicht unter Wasser ist. Und Sauerstoff ist genau ein Thema, wie bei Subnautica. Man hat unter bestimmter Anzahl von Sekunden, die man draußen bleiben kann. Nicht unter Wasser, also man kann ja überall an die Oberfläche schwimmen, dann kann es ja Luft holen. Bei Breathage ist es so, dass du immer zurück in die Kapsel musst oder dir Sauerstoff irgendwo anders besorgst. Ja, und das hatten wir angespielt, das fand ich ganz witzig, vom Humor auch sehr schön gemacht. Und das werden wir uns dann heute anschauen, ab 15 Uhr bis 18 Uhr. Dann mache ich zwei Stunden Pause und heute Abend wird dann, ab 20 Uhr schätze ich mal, beim Enno, der hat das auch schon in seinem Discord angekündigt, ein wenig Fortnite gespielt zusammen mit dem Max. Mal gucken, ob wir heute den ein oder anderen Win einfahren können oder nicht. Wir schauen einfach mal. Ja, ich wünsche euch bis dahin jetzt erstmal einen schönen Freitag. Kommt gut durch den Tag, kommt noch viel besser ans Wochenende. Und vielleicht bis später oder dann vielleicht auch bis morgen oder übermorgen hier auf diesem YouTube-Kanal bei einem der nächsten täglichen Vlogs. Also, bis dann. Tschüss.